Ich bin so dämlich. Aber sowas von. Das geht mir auf den Sack, dass man jedes Mal hier weit hinten anfangen muss. Meine Güte, Gott. Da unten. Wir holen ihn. Ja, wir holen ihn. Hier, schaut euch das an. Hier ist einer! Hier ist einer! Hier ist der Deckung! Hier ist der Deckung! Warte! Scheiße! Wo? Wo kommt der her plötzlich? Hier. Wo? 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 Was ist hier? Hallo, ich bin hier in der Wand. 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 Das ist ja auch ein Heli. Feindlicher Heli hebt ab. Okay, da ist das Ding! Da ist das Ding! Alle mal einsteigen! Los, los! Okay, wir heben ab! Wo geht's hin? Aguirre hat mich angepingt! Er ist 80 Kilometer weg! Versteuern! Paolo! Einzige vom Hals! Wen und was? Oh, Scheiße! Wir haben feindliche Vögel in der Luft! Kann nicht zu hoch gehen! Ich bleibe unter dem Radar, so lange ich kann! Hey! Ich seh da unten feindliche Quartz! Ich seh die auch, na und? Ich schau dir das an, er trefft nicht immer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Drehst du um, Flynn? Ja, ja! Versuche uns runterzubringen, okay? Ich gehe um! Geh an das andere Geschütz, Marlowe, und deck die Flanke ab! Wenn du das Ding so hältst, kann's losgehen! Oder auch nicht! Ich muss es auf die Hose drauf versuchen! Schieß auf den Verdampten, dreh dich! Packen sie ab! Was ist das? Kommt neu auf den Klippenpfad! Rechte Seite! Gerngenommene Ziele! Steigen sie ab! Autsch! Bars ist voraus! Haltet euch bereit raus! Eintrude, Castella! Was denn zum Henker machen die hier? Wir schlagen eine Schweiße! Marlowe, die Flugabwehr-Türmer-Ausschalten! Was ist ein Typ mit Lenkraketen? Ach, schade ich nicht, Herr Welke! Guck sie einfach mit Freifahren, okay? Ich bin gar nicht mehr wie Pazifest drin! In 50 Jahren gibt's keine Nationalisten, Mann! Und russische Folter hat eine lange Tradition! Ich komme! Haltet euch! Alles erledigt! Rücken raus! Geht weiter nach Ziel! Ich bin noch watt! Da! Ehrlich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir können ja gar nicht zurückkommen. Wir haben ihn gerade abgeschossen. Das ist ein Neujahr. Vielleicht sollte ich Spanisch lernen. Oder Russisch. Russisch könnte nützlicher sein. Alle Strecke reißen. Was ist das? Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen.